Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy 3. Äh, 2, nicht 3. 3 gibt's leider nicht. Äh, in der zweiten Welt angekommen. Und machen doch gerade mal bei der Puzzle-Planken-Galaxie den ersten Stern. Dann ja den zweiten, das war von dem Gomedoma, den wir zu haben wollte. Ich mach jetzt endlich das Geheimnis des Bilderrätsels. So, können wir überspringen. Trost. Gut. Dann können wir weitermachen. Wir müssen hier jetzt lang warten. Trotzdem bringen wir den rum. Weil hier ist gut. Gut. Da war auch, äh, wunderbar, ähm, äh, Mario-Musik, Alter. Ich will mich hier nicht auf ein Spiel festlegen, weil es sowieso nicht richtig ist. Und, ja. Wo? Bis hierhin waren wir. Da ist auch das, äh, noch der kleine Stern vom Gomedoma. Gomedoma. Der hat uns zu diesem... ...geführt aus. Achso. Ah, okay. Stimmt, stimmt, stimmt. Kann mir eh ihn an. Gut. Jetzt machen wir hier alles einstampfen. Ja. Jetzt können wir auch endlich da hoch. Oh. Oh, da ist... Süß. Das will ich doch haben. Nein. Nein, 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 nein. Äh. Oh, mein Gott. Der Kameraminkl ist überhaupt nicht scheiße. Jetzt ist der auch gerade besser. weiter einfach weiter und ab mitnehmen nein wir sind da unten was waren da nein nicht schon wieder ich muss das noch eins sagen das diesmal war es doch viel besser so ich doch gleich diesmal bitte nicht sterben weil weil keine ahnung so aber wenn haben wir immer wieder ein und ab diesmal so kann das nicht gekillt werden weil nein 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 wo muss ich gelang ich 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 lass mich weg äh lässt der jackpot kacke ich brauche 30 wo soll ich das herbekommen ich ich 19 sagen machen das mal so dass es ein richtiges bild entsteht ja ja weil das leuchtet auch auch also muss sollte das richtig sein so es geht eher anstatt leuchten so warte will ich das da ist auch was da ist auch was bämm darchen die Nein i want to kill Oh. Haaah. Geh... Jetzt ist er voll Argo. Verlehrt erstmal ein paar Sternteile. Fuck. Scheiße. Äh, noch eine Kraft, das ist nicht so berauschend. Oh, er ist schon tot. Oh, er ist schon tot. Gut. Na, na, na. Perfekt. Mario betreibt immer wieder Massenmord, aber... Hey. 13 Sterne. 13 Jahre hohen Glückszahl. Also wollen wir die 13 da nicht stehen haben. Hast du das tot gesehen? Aber er wird die ganze Zeit etwas von Post und Brief versuchern. Und latscht die ganze Zeit im Kreis. Auch gut. So mal drüber und Stress zu machen. Dann hat das gewonnen, erstes ein Ende. Mario, ich habe ja eine Bestimmung gefunden. Ich bin nun ein Brieftot. Ich stelle Leuten einen Brief dazu. Ist das nicht klasse? Und stelle vor, der erste Brief ist für dich da auch. Niemal, Mario. Ich bin gerade sehr weit weg von dir. You don't say. Aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Da steht oben. Äh, PS. Diesen Reflekt ist was bei, dass du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Beach. Krone. All. Tilt. Diesen Brief lag ein One-Up-Pills dabei. Selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin noch wunderbar fürsorglich. Wie rührend. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, Tods brauchen eine Quietschstimme. Das ist jetzt keine Tods. Bröselbrock-Galaxie. Ich hab geguckt, wir haben hier schon aufgenommen. Also da steht hier ja erst sieben Minuten. Rollo... Rollo-Dillow-Kollisionskurs. Oder so. Doch, es wird gehen. Und was haben wir hier? O-M-E. Ein... Neues... Item. Jo. Okay. Muss ich euch erst umbringen, damit... Das frei kann... Äh... Item. Erstmal knapp. Fast nicht getroffen. Ja. Muss ich. Super. So. Was bist du? Du wolltest zu felsen, Mario. Schädlich bin ich für immer noch mal um... um über deine Gegner zu rollen. Ach du Kacke. Ich... Okay... Ja... Na... Ich... Springe... Ich wollte hier gucken... Das war kein... Das war keiner der Meinung, dass dieses Ding kaputt zu kriegen ist. Ich kann nicht glauben, dass der Käpt'n mir das aufgetragen hat. Äh... BD. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nicht in die Richtung. In... 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 lesen du kannst die ausrichtung der kamera mit dem steuerkreuz verändern ist dies nicht wirklich hörst du ein geräusch drücke c auf dem land pack um die kamera hinter dich hinter dir zu zentrieren sollte man ja wohl ausprobieren und das monat zu bekommen ich mach das zum strike ist das kleid und dann bekommt man das das war nicht richtig von der geschwindigkeit kamera es war falsch also es war fast richtig immerhin es gibt es hier nicht irgendwie dahin was tot da kann man das nicht irgendwie abbrechen warum sind die rot nur besonders sein wir wollen besonders sein und verstehen dass es nicht sind ich mag die fähigkeit voll das war knapp nein danke alter getötet ist einfach mit ein stern teil auf die schmerzpunkte am boden eine münze wird erscheinen die deine lebenskraft wieder aufholt hier können wir ausprobieren effektiv what the fuck okay der ist trotzdem ich habe hier haben als ob hier etwas zu finden wäre scherz suche hey es ist aber ja was meine brille oder sie kann ich sehe nicht wieder finden mein freund wäre hatte wo ist seine brille kann sie nicht sehen dass er sie nicht noch noch nicht getroffen hat das ein wunder schimmer und da gesagt als ob da etwas zu finden wäre ich will mir doch mal nachgucken erstmal fahr ich voll gegen den tod wenn ich dann voll wir zwei kilometer weiter weg bringt tods sind stabil fack nein ich wollte erst mal kacke steht das mal auf danke was hast du gesagt mit als ob damals wäre vier gegner oder so hey was hast du im angebot fahrer es ist vom anderen wir sind nicht mehr ist klar zeit zu bezahlen hat es gerade wirklich gesagt hat er wirklich gesagt zeit zu bezahlen eigentlich were s Der Checkpoint. Wenn irgendwas schief geht. Doch. Okay. Wo muss ich denn wohl höchstwahrscheinlich treffen? Noch. Deine Meinung. Ick. Ick. Scheiße. Voll rot. Ick. Äh, das war Camping. Da konnte ich nix machen. Alter. Scheiße. Alter. Spiel, du kannst nicht mal. Ick. Ick. Bäm. Ick. Ick. So. Getötet. Nee. Er will nochmal. Ick. Oh Gott. Okay, das war knapp. Und jetzt. Getötet. Bomm. Epic. Stammt. Hotting. Und jetzt mal wieder gucken. Die Mucks ist geil. Super Mario. Letztes ist ein schönes Spiel. Also bisher ist es ein richtig schönes Spiel. Und wieder hier bei dem Maschinenraum, links, bums, brah, lah, lah, naeh. Okay. Wat is, Luba? Ding. Oh, ihr Galaxie. Oh, du hast ein... Oh, Felsen durchgebracht. Klasse, du hast es drauf. Ganz unter uns. Ich frage mich ernsthaft, wofür wir diesen Krempel hier sammeln. Das weiß ich selber nicht. Ah, ist... Ja. Äh, ja. Ist klar. Spiel. So. Hast du einen Brief? Nee. Du, Assi. Wofür hab ich dich reingestellt? Du hast Deppmann einen Brief dabei. Riesenwasserfallgalaxie. Gehen wir doch da auch mal hin. Raketenraser dank Turbo-Pfeffer. Okay. Eckig. Doch. Hä, das kann ich ja gar nicht einsammeln. Warum geht das nicht? Betrug. Es kam eins an. Ich sammel das schon ein. Du willst was sagen? Ja. Du willst was sagen? Ja. 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 Nein. Du willst was sagen? Du willst was sagen? Du willst was sagen? Nein. Ich probier das mal. Ich probier was. Nein. Nein. Das muss doch möglich sein. Irgendwie... Bisschen... Na. Mario kriegt's nicht hin. Du. Nintendo hat's wirklich geschafft. Okay. Yoshi. Das was er verschlägen soll. Wo hoch hinaus... Warum steht der hier? What the fuck? Ach du kacke. Yoshi. Pfeffer ist also nicht gut für dich. Okay. Ich hab's verstanden. Kein Pfeffer mehr für Dinos. Hä? Ich will das einsammeln. Aber ich darf's nicht. Warum darf ich das nicht? Okay. Dann sag ich das ein. So. Klärte Turbo Yoshi steuerst du mit dem Control Stick. In... In die Richtung in die er laufen soll. Äh. Nein. Schicheeeet. Schicheeet. Schiet t. Schicheeet. Schiit t. Da kann ich natürlich nicht abspringen. Ne? Eis klar. Ne schon fällt darf. Jaaa. Weiter zurück. Na komplett wieder am Anfang ey. Warum kann ich die Kamera nicht ändern, die es nervt? Diese ist so schräg. Auaa. Du schiebe, geh fast Suizid. Weil du keinen Bock mehr hast. Ehh. Shit. Wo? So. Erst noch mal. Hehehe du Kack. Ick. Ichschus da oben was. Ichschauer was, da ist doch irgendwas. Wofür er ist das? Nein. Soged pasó, dass ich jetzt nicht raus findenvid. Nein, scheiße. Ichs. Ok. Guck ich halt eben nachwas, Das war mir recht. da darf ich anscheinend nicht hoch diesen weg ich krieg das noch ich glaube ich weiß nicht gut für joshie aber ich behaupten ist das ist das ist ja ich will gucken ob das was ich dann muss doch was da muss doch was ich sah sie weder ist nichts fack leck mich ist mir egal ob es da was ist es geht nicht so nein ich probiere das noch ein paar mal dass das mal klar ist da muss doch was sein nein es direkt direkt von der wand kommt ja ich auch nein hier jetzt doch noch recht ja du kack sagt geht doch wo war das problem hier verdammten weg ja 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 ich Ssshhh, ich bring euch so um mein Tater, ich bring euch so. Ich bring euch so um. Ich bring euch so um, hey. Alter. Yoshi. Wo ist der hinten? Mein Goat. Ich bring euch Sorgen! Ich bring euch Sorgen! Ääääh! Hm. Äääh! Ach, mir ist da nichts! Hm. Hi. Nein. Nein. Don't fall. So, nur ein Battlefield. Gott, ich erseh' ich nicht. Ich erseh' ich so sehr. Ich erseh' ich so viel. Arsch, ich erseh' ich. Mmh. Arschi. Ich erasse dieses Power-Up-Item-Teil. Ich erse es so sehr. Das kacke. Iiiik. Das war knapp. Nein, 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 nee, nein, 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 nein. Ich warte jetzt. Ich warte jetzt, bis der Scheiß um ist. Mann. Bitte! Euer Planet! Mein Gott, bitte, aber ich bringe euch so um! Dass das mal klar ist. Der ist einfach nur selber Sterne! Mehr nicht! Mehr ist das nicht da! So... Nee, ich wollte eigentlich auf Yoshi dran fragen. So... Okay, wo ist der letzte da vorne? Es... Nee, vorletzte. Der letzte ist da. So... Tento, ich hasse euch so sehr. Hm... Ich hasse euch... Aber wir ist doch nicht! Boah... Mein Gott... Ist das nervig! Mario! Ein Brief für dich! Ein Brief für dich! Einladung! Ich bin ein legendärer Spiel... Spiele Profi! Es gibt noch... Es gibt ein neues Spiel, in dem du... Dich mit mir messen musst! Triff mich in der Watt-Wolken-Galaxie! Und wir finden dann heraus, was... Was du drauf hast! Dein Wander-Affe! Dein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Okay... Wir machen eine Herausforderung! Die machen wir im nächsten Mal! Weil der ist ganz normale... Erlaubt! Ich mach noch... Tina! Du bist neu, oder? Äh... Was redest du hier? Was redest du hier? Was redest du hier? Mach schon! Mach schon! Toll! Die Power-Sterne! Ey, ist ja unhöflich, ey! Den will ich nicht mehr auf diesen Schiffrauben! Lobo! Den will ich nicht mehr! Der ist unhöflich! Die 278... Mal gucken! Der Bank! Jetzt bekomm ich... Ne, jetzt wird schon eingelagert! Der Bonus! Oh! Schätebremme nicht wahr! Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Super Mario Galaxy 2! Bis dahin!